Ich bin ein exklusiver 1A-Bodyguard. Und Sie sind der meistgesuchte Auftragskiller der Welt. Mein Job ist es, Ihnen Gefahren vom Hals zu halten. Scheiße, was soll die Kacke? Sie überleben nicht eine Stunde ohne mich. Feg nicht! Lecken Sie mich am Arsch! Danke, du mich auch! Verdächtige sind auf dem Dach. Nein, 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 springen ist schlecht. Es muss einen intelligenteren Weg geben. Nein, Motherfucker! So eine verfluchte Scheiße. Ich hoffe, die bringen ihn um. Ja. Dieser Typ hat im Alleingang die Bedeutung von Motherfucker entwertet. Tick, zack, Motherfucker! Ich war mal ganz oben. Gott, verdammt! Ich baller dir gleich Bleienart. Hast du irgendwann schon mal bitte oder danke gesagt? Bitte, Motherfucker! Warum bringen wir uns da und an? Scheiße. Großer Gott! Echt jetzt? Noch nie was von Einstein gehört? Scheiße. Untertitelung. BR 2018